Heute gab es wieder eine Crazy-Burger-Aktion in Wien. Für ganze 71 Minuten konnte man sich einen Burger im Hard Rock Café um 71 Cent holen. Wir waren natürlich mit dabei. Was macht ihr heute da im Hard Rock Café? Wir haben gehört, dass es heute die Aktion gibt, 71 Cent Burger und für ein gutes Mittagessen hier um 71 Cent kommt man gerne her. Und wie habt ihr davon gehört? Wir haben, glaube ich, über das Internet gehört bzw. hat ein guter Freund von mir gesagt, dass er sich heute auch da anstellt. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber schauen wir mal. Vielleicht trifft man den einen oder anderen, den man kennt noch. Wie lange wartet ihr jetzt schon? Ich würde sagen so um die zehn Minuten. Also es geht schnell voran, muss man ehrlich sagen. Ich esse heute einen Burger hier. Wie alle Jahre wieder esse ich gerne einen Burger hier am 14.16 und nutze das für meine Mittagspause, da ich hier direkt um die Ecke wohne. Wir warten auf die Burger. Die Schlange ist lang, aber egal. Wir warten einfach. Ja, ich habe von der Aktion gehört mit dem mit den 71 Cent Burgern und habe mir gedacht, dann nutze ich die Mittagspause dafür. Ja, hast du davon gehört? Übers Internet und über Freunde auch noch dazu, ja. Instagram. Und das lange Warten stört euch nicht. Mal schauen. es dauert aber eine halbe Stunde mehr Zeit, sowas ist okay. Ich komme jedes Jahr hier hin, da ich Nachbar bin, aus dem ersten Bezirk bin und gerne den Geburtstag des Hardrock-Cafés am 14.06. jedes Jahr feiere ich hier. Und meine Mittagspause, gerne einen Burger bekommen wir dann. Und diesen Burger kriegt man für 71 Cent. Vollzeit! Und jetzt kommen wir jetzt, wir Dean Kreuz mit der großen Böden. Vielen Dank. Vielen Dank.